Hey Friends, endlich kann ich euch das erste fertige Bild für mein größtes Projekt zeigen. Und zwar geht es hier um eine Villa, die auf Ibiza gebaut wird, die ich mit meinen Bildern ausstatten soll. Ich habe mich wirklich so krass über diesen Auftrag gefreut, da es eine riesen Chance für mich ist, aber gleichzeitig auch sehr viel Verantwortung. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal Konzeptvorschläge gemacht, da der Kunde eine sehr genaue Vorstellung hatte. Die ganzen Bilder sollten einen 70er Jahre Hippie-Look verkörpern. Und ich habe mich bei zwei Bildern schon mal für den Psychedelic-Look entschieden, den ihr hier sehen könnt. Ich habe dann alles mit Acryl ausgearbeitet und mir hat es sehr Spaß gemacht, mal eine ganz andere Stilrichtung zu probieren. Ich war so nervös, mein erstes fertiges Projekt dem Kunden zu zeigen, aber er war sehr zufrieden. Das Ganze wird noch eingescannt und auf eine Vinylplatte gedruckt. Macht das Plus weg von mehr.